Das Haus... Das ist nicht alles so, wie es scheint. Mal gucken, was Dust zu sagen hat. Hmm, was haben wir da gleich rein? Ja, geht nur noch da rein. Licht? Kein Licht? Oh, Aura meldet sich von alleine? Wie... Siehst du das jetzt? Aber wie, Aura? Ich verstehe das nicht. Die Antworten liegen oben, Dust. Ist Dust auch ein Mondblütler? Ist das vielleicht sein altes Haus? Es sind auf jeden Fall Bilder da oben. Ginger... Sie schlafen genau hier. Auf der Nacht, ich komme zum Glück. Ich wunderte. Ich wollte sie nicht wundern. Ich wollte sie nicht über mich. Sie wusste nicht, was ich zu machen. Dust? Was hast du gesagt? Sie wusste nicht. Ich wusste nicht, dass ich zu schnauern, unsere Eltern zu schnauern. Sie sagen, dass du... Aber wie? Was ist hier passiert? Ich... Ich erinnere mich jetzt. Aber wie? Wie kann ich mir helfen, zu schnauern diese Stadt, aber zu sein, dass das gleiche tun? Das ist unmöglich. Es ist unmöglich für eine Kreatur mit einem einzigen Geist. Ginger. Die Augen. Ich weiß die Augen. So, Mithrarin. Du siehst endlich die Wahrheit. Hä? Wer bist du? Ungewohnt aus. Ich bin Elder Grey Eyes. Lieder der Moonblut-Leute. Nun, was von ihnen ist das? Was hast du gerade gesagt, dass ich endlich die Wahrheit sehen kann? Was wissen Sie über mich? Seine Augen, Elder. Sie sind Jin's Eyes. Nur die Augen? Sie sehen sehr ähnlich wie deinem Bruder, ja. Das ist, weil sein Seul lebt in der Schmutzung. Was? Aber um unsere Neuigkeiten zu benötigen, brauchen wir zwei Seulen. Der Seul der Innoissance ist ein nobeles Ding, aber ohne Kraft, ohne Kraft. Die Schmutz hätte einfach so leicht als dein Bruder er war, auf dem verdammten Tag. Ich bin eine Kriegswaffe? Also, wir haben deinen Bruder so kombiniert mit dem von seinem Mörderer, dem royalen Assassin, known as Cassius. Sie verraten auf der gleichen Zeit, forever entwunden. Never before had I heard of such an Event. Okay. Ja. 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 ich habe nichts getan! Du hast verraten, kleinreden. Deine Eltern verraten gegen ihre König. Ein Verrücker von pure Trezember. Was da resistenzente, war led by deine Familie allein. Du verraten meinheimnis. Du verraten meine Freunde und Familie. Du wirst nicht überraschern. this day i take no joy in slaughtering one as young as you child but you have forced my hand agree justice was done that day cassius murdered a defenseless jinn but his pride and arrogance proved to be his undoing but how how can this this thing be my brother it's not possible i couldn't remember you when we met you are jinn yes but you are also cassius two souls forever at odds one of one of power together you form the one we call mithrarin he who is born of the dust i never knew what happened jinn just disappeared one night i had always hoped he would turn alive someday that he would come back but could you really be him ginger i don't know i i i don't know now dust i imagine you have many questions please do not hesitate to ask them das habe ich mich gerade schon gefragt hat er was mit aura zu tun how does the blade of aura fit into all this what is it exactly it is one of the five blades of rizium ancient weapons forged when our kind were many and the way of the flameless light was common place wait 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 what the heck is the way of the flameless light the past we moonbloods continue to follow it is a way of living a way of thought that allows us to make use of a power both old and great magic magic without magic ah mondblütler sind jedis i am so confused krass surely as dimbat sword guardian you've studied the ancient doctrines you must know in the event that the sword is summoned by its rightful owner you are obligated to follow i may have skipped over that chapter huh you haven't answered my question the blades of elysium were created to guide their sword bearers dust i was summoned to your side to ensure our balance was maintained between the souls within you yeah cool ah my old friend it is good to hear your voice once more it has been a long time master wait just a second how can you possibly know each other my clan's been keeping the sword hidden for over 200 years master gray eyes has lived for a very long time in pidget longer than any of you so you were sent to keep an eye on me to help you reach your true potential nothing more okay wer oder was genau bin ich auch wenn er wahrscheinlich das gleiche wiederholen wird zwei seelen zusammengefügt bla bla ja wir haben den fuse auch noch umgeschnitten opsittet oopsie to defeat general gaius and save our people we would need a warrior capable of standing against an entire army this warrior would also need to be pure of heart so that's why you picked cassius and jyn just like you said opposites exactly cassius is one of the greatest warriors this world has ever seen and jinns purity of heart would help guide our warrior to save our kind from their fallen souls you were born born to save us to save this world aber wenn cassius einer der größten krieger ist den die welt je gesehen hat wie ist der dann bitte schön verreckt der jinn hatte nur so ein kleines buttermesser dabei der wird doch nicht einfach da reingelaufen sein warum habe ich mich jetzt nur noch erinnern? ich habe mich sogar noch nicht kennengelernt, als ich sie kennengelernt habe you may possess the souls of two separate beings but your body and mind are your own you were created to save this world so we felt giving you memories of either soul would simply distract you from the task at hand i had no idea who i was what my purpose was you say that but in all cases you did exactly what we intended you to do you saved complete strangers outside of aurora village you stopped our wayward brother fuse from destroying all that we sought to save you saved mudpot and brought the waters of life back into this land you purged a demonic rage from this land and even helped two old souls find peace once more you may not have known your purpose but that did not stop you from fulfilling it and now i'm here yes now you are here and we can finish this fight once and for all who was fuse? he said he was a moonblood but he looks nothing like you yeah he looked like a mutated 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 fuse he was once a fine warrior and a close friend of gingers family he would help transport goods between this village and our camp after the village was destroyed i guess he lost his mind he was horribly disfigured after the attack the only way he could survive was in a special suit of magical armor that i helped to construct he demanded we attack general gaius right away but i would not hear any of it he would have killed us all in the name of vengeance we would not have stood a chance when i refused to send our warriors into battle he called me a coward and vowed that he would destroy gaius with or without my help i fear the very armor we made to save his life had corrupted his mind and body beyond repair poor guy mhm if only we could have gone through to him somehow yeah that's it's a nice way that's good 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 no you're right to kill him if he had remained alive there's no telling what damage he could have done ginger is right fuse was beyond saving for all our sakes i hope the same is not true of the world he sought to protect i have no more questions what now you must join us in the moonblood camp to the north in the everdawn basin that isn't anywhere near the everdawn volcanoes is it they are one and the same yes well that's fantastic volcanoes indeed what a better place to hide than in the most volatile land in all the kingdom oh i know how about a peaceful meadow or a quiet forest or some place that doesn't explode every 10 minutes just your friend seems awfully tense yeah schon die ganze reise lang nooo i'm fine come on let's go to the blowy up mountains really i'm serious hmm fidget you need to have more faith in me i'll have faith in you when you have faith in yourself how about it huh who are you oh hmm i'm a reine seele die sich von der gerechtigkeit leiten lässt i'm jinn i'm a mächtige seele die sich von der rach sucht leiten lässt i'm i'm i you see you still haven't figured it out yet lizard guy tells you right here face hey ich hab draus gewählt in dust fidget please calm down you mustn't test your friend like this i just if i'm gonna follow you to the literal end of this world i need to know who i'm following i understand fidget you're right i can't ask you to follow me doch but i can fidget you have stood by dust side for this entire journey you have watched him save this world how can you continue to doubt i just don't get it it doesn't matter who you think he is he's dust that's who he is that's who i know man ich hab doch das ausgewählt fidget please i can't do this without you can you can you repeat that i said i can't do this without you i'm sorry i just nobody's ever said that to me before oh and it won't be the last time i assure you are you ready mithrarin i am then we will meet you in the everdorn basin oh goodbye dust i'll see you there oh das hört sich nach end level an hu 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 na dann einmal speichern und ich werde dir das schwert in den kopf rammen hmmm is that wise our victory is all but assured commander we outnumber them ten to one we possess superior technology and we have the element of surprise but why welcome this rogue element he has already slain your own soldiers what more proof do you need that he is a traitor to our cause cassius is hardly a rogue element commander the moon bloods have corrupted his mind forced him to commit these acts against us once i can speak with him once he remembers who he really is i'm certain he will return to us mhm but yes sir as you wish as if cassius my old friend so long as you draw breath i can do what i can to save your broken mind i promise ja gut aber so sehr man das jetzt auch verurteilen möchte vielleicht hat ja gaius oder cassius vielleicht sind das ja keine ahnung cousins und eltern onkel alles mögliche ist an monoplettern umgemaskert worden man kann es nicht wissen ich bin gespannt was dabei rauskommt am ende das dämmerlandbecken das wird das allerletzte sein was wir machen werden im schützenpass gibt es noch zwei schätze abzugreifen haben wir jetzt eigentlich ich muss da nochmal gucken ich bin ja ähm eigentlich wollte ich nicht so hoch ach wir brauchen hier eine bombe ja gut dann holen wir da schnell eine einmal den schlüssel rausspringen da kommen wir jetzt dann auch mit dem doppeljump gut hoch wacht sich nur wo hier eine bombenfrucht ist muss ich die von hier oben mitnehmen falls ja oh könnte das ein bisschen schwierig werden gibt es hier überhaupt eine wo kriege ich denn eine bombenfrucht her ach das ist hier wieder so ein ach verzieh dich ameisenviech ach halt nein oft ist hier wirklich nur kommen hier ich gebe dir Ach, man kann hier trotzdem nicht raus? Nee. Gut ausgewichen, kleiner Gnom. Aber irgendwo muss es doch hier so ein Sprengding geben. Das gibt es doch nicht. Ist das viel weiter unten? Oh, Mann. Was, der hat überlebt? Was ein krasser Dude. Was? Da gibt tatsächlich eine mit. Ich fass es nicht. Ah, hier ist eine Bombe. Ich muss die doch mitnehmen. Jetzt komm her, Bombe. Wir gehen hier ganz nach unten. Na komm. Und das ist alles nur wegen einem Kack-Schlüssel, den wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Oh. Ja, das leid der 100%. Ich hab schon Bock, dass auf jeder Map 100% steht. 100% davor, 100% Schätze gefunden. Den Anspruch hätte ich schon doch ganz gerne. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wir waren ja schon öfter mal hier. Ach, das war das mit den ganzen Resonanz-Steinen. Haben wir jetzt eigentlich einen neuen bekommen dafür? Oder sind wir immer noch nicht gewappnet genug? Oder? Ach, wir hatten das, aber sind dann nicht mehr hochgekommen. Oder wie war das? Nein, wir haben immer noch keinen gelben Resonanz-Steinen. Was ist denn das für ein Scheiß? Wo kriegt man den denn? Echt noch ganz am Ende? Das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich ganz und gar nicht richtig an. Au. Ach, stimmt, da waren ja auch noch ein paar andere Sachen von wegen. Hm. Wo wir nicht so weit hochgekommen sind. Egal ob Doppeljump oder nicht. Da gab's... Wow. Da gab's Gebiete, wo wir trotzdem nicht weit genug nach oben gekommen sind. Zum Beispiel in einem Luftstrom. Da ist der Doppelsprung total irrelevant. Oh, eigentlich wollte ich hier auch eher die Teleportation nutzen. Aber das sieht eigentlich schon relativ gut aus alles. Ach. Wir können Bopo noch den Schnee vorbeibringen. Genau, das hier zum Beispiel. Keine Ahnung. Da gibt's bestimmt noch irgendwas. Aber erstmal ab zu Bopo. Und ihm den Schnee bringen. Das freut ihn bestimmt. Ups, sind wir da richtig? Jo. Bopo. Bist du im Haus? Nö. Ach, hier. Just, du hast es geschafft. Du hast Schnee gebracht. Ja. Ich weiß, wie viel es dir bedeutet, Bopo. Well, ich habe nicht viel zu geben. Außerhalb von diesem lachen Rock. Es scheint nicht zu tun, dass es nichts hier in Mudpot tun wird. Aber es sieht ziemlich nett. Hier, das ist alles dein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Bopo. Ja? Ja? Äh. Wir hatten unseren Moment zusammen, ich und Papa. Wir gehen durch die Schnee, wir bauen einen Pfarrer, wir sehen, dass alle die Flüsse fallen aus dem Schnee. Ich weiß nicht, ob es wirklich ist. Aber ich werde immer diese Erinnerung haben. Dank an dich. Oh. Ich muss jetzt nur stark sein. Für Mama. Gern geschehen, Bopo. Ein Regenbogen-Resonanzstein. Äh. Öffnet er einfach alle? Also ein Regenbogen-Resonanz-Tor hatten wir bisher noch nicht. Ich tippe mal, dass der alle öffnet, weil da sind ja alle Farben drin. Ah, halt. In die Richtung. Und weil dem so ist, probiere ich das jetzt nochmal aus. Das geht ja relativ flott. Das dauert ja nicht lang, bis wir da wieder drüben sind. Ja, haben wir durchgewirbelt. Dann noch zwei nach rechts. Oh, müssen aufpassen. Ja, wenigstens kriegen wir nicht wirklich Schaden von den Dingern. Easy. Juhu. Juhu. Na komm schon, Dust. Beeil dich. Soviel zum Thema. Es dauert nicht lange, da hochzukommen. Ah. So, und jetzt bitte sag mir, dass das auch funktioniert. Wenn es jetzt wieder nicht funktioniert, dann... Puh, 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 puh. Dann gibt es aber einen Schrei. Richtiger männlicher Schrei. Also wir haben einen Regenbogen-Resonanz-Stein gefunden, wo wir noch kein einziges fucking Scheiß-Tor dafür gefunden haben. Aber der Scheiß-Drecks-Gelbe... Fuck! Oh, das... Das nervt mich. Ich würde es aber auch nicht gucken, wo man den gelben Resonanz-Stein herkriegt. Ah, was haben wir denn noch für Quests offen? Hm. Kriegen wir das von dem... Aurora-Dude? Oh, da ist er ja schon. Tag. Hier sind die Materialien, die du gefragt hast, Fale. Great! Hier ist deine Bezahung. Wenn du bereitst, kann ich deine Hilfe wiederholen. Ich habe eine letzte Arbeit für dich, nicht? Oh! Es ist ein strange flying creature called a Florn that lives around these parts. Es kann Schütteln von Elektrizität aus ihren Tentacles, ein wirklich schreckliches Künstler. If you could gather three Florn Tentacles and three Florn Sparks, I can use them to reinforce our Guards armor and give their Weapons a bit of an extra kick. Aber pay a premium for them that you won't get from the shops around here. Here are those materials you asked for, okay? Great! Here's your payment. I think that's it. I have everything I need thanks to you. Wo denn nicht? Gelber Resonanzstein! Das kann doch nicht sein, dass wir den so spät bekommen. Was meint ihr eigentlich? Dusk, ist es? Ich bin vorhin entschuldigt. Ich war so Angst, dass ich dir geblieben habe. Kein Problem. Nichts worry about it. Willst du dir okay sein? Ja, ich bin hier mit Mosca. Ich habe nur... Ich habe viel zu denken. Bleib sicher da draußen, okay? Okay. Natürlich. Oh, er hat noch eine Quiz. Dusk, ich lebe dir so viel. Ich kann nicht glauben, was Sarahi durchgebracht hat. Oh, ohne deine Hilfe... Well, ich... Ich... Ich will einfach nicht darüber denken. Ist sie okay? Ja. Ich bin vorhin geholfen. Sie ist noch ziemlich schockiert. Sie hat viele Freunde verloren. Hey, ähm... Ich weiß, dass dieser Weg ein bisschen weirrt klingt. Könnte ich deine Autografie bekommen? Warte, was? Es ist nur... Nach allem, was du für uns getan hast... Für dieses Viertel... Für alle. Wirklich. Ich mag wirklich etwas, um ein wahrer Held zu erinnern. Ich fühle mich ehrlich nicht zu viel wie ein Hero. Oh, komm mal. Nicht so ein Downer. Hey, ich werde es auch beschenken. Jeder Hero braucht einen Besuch. Ja. Normalerweise für komische Relief. Hey. Oh, verdammt. Ich habe keine Papier auf mir. Könntest du etwas von der Shop? Hier ein bisschen Geld. Ich würde es mir selbst kaufen, aber ich bin... so ein... Blacklisted. Wie sollte ich wissen, dass diese Displays so schnell fallen würden? Ja. Haha. Das ist lustig. Don't worry. Ich werde dir dein Papier holen. Willkommen zurück. Wo... Oh, was hat der denn da für einen Ring? 20.000... Uhuhuhu. Ähm... Oh, Lasagne! Wie lecker! Ach, dieses Art Papier? Ach, dieses Art Papier? Ich kaufe jetzt einfach mal zwei, weil er uns zwei ein Gold gegeben hat, aber das haben wir doch... Das haben wir doch... Das haben wir doch... Dabei. Hundertprozentig. Wieso müssen... Wieso hat der denn nicht gleich gesagt, Och, ich habe schon Papier? Ah... Manchmal ist das schon seltsam hier. Ja. So, Mosca. Hier. Okay, Mosca. Das fühlt sich ein bisschen verrückt, aber hier geht's. Was willst du deine Autographie sagen? Wie geht es dir? Two, Mosca. My greatest fan. Mhm. Mhm. There you go. Your friend could sign it too. Aha! There you go. What is that? A... Pawprint? Ja, das ist auch süß. What? That's how we sign our names. See, it says right there. Big... Jett. Mhm. Well, uh... Great. This is great. You two are just... Just swell. Good luck out there. And thanks again for saving Soraki. I'll never forget it. Haha. Der erste Fan. Mhm. Sehr cool. Dann haben wir also hier mitten im Autogramm... Ja, und tatsächlich... Und wir haben das Autogramm für 400... 4.000 Gold verkauft sozusagen an ihn. Ja, Sakra. Und dann noch Kuchen abgestaubt. Hm. Nee, jetzt auch Bock drauf. Wir sehen uns ja in der nächsten Folge. Ich glaub... Ah, ich weiß nicht. Ich glaub, ich mach mich mal schlau... Wo der gelbe Resonanzstein ist. Oder... Wie in etwa man da zum gelben Resonanzstein kommt. Bis dann. Ciao. Bis dann mal oder auch mal. paar Lied also. So. Toil. Sinn.